und ein herzliches willkommen zurück hier bei pokémon technik auf nintendo switch mit mir von der youtube let's base als hobby und ja am 10 juni 2022 und ich habe eigentlich vor gehabt super smashbox aufzunehmen weil wir da die teile ausgehen aber waren wir zu kurz davor sind eventuell auf gruppe c3 aufzusteigen habe ich mir gedacht kommt dann nehme ich jetzt noch mal ein bisschen auf bis ich herausgefunden habe ob ich gruppe c4 bleiben oder ob ich aufsteigen sehen wir dann wir haben sogar schon den nächsten kämpfer gefunden wer ist es es ist gigi aus italien gruppe c2 ok noch mal erster kampf für heute wir lassen mal zappeln damit er vielleicht ungeduldig wird ich weiß ja auch nicht dadurch habe ich fehler macht ach komm jetzt komm her nein scheiße ja gut das pokémon macht mich ja nicht kaputt aber ach shit das war schon wieder ein konter von dem aber knapp klauen wir mal bei dem vielleicht auch noch kriegen ich glaube eine chance hätten wir auf jeden fall ja ja doch ja 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 Ah, shit. Ach, komm. Ach, komm, ey. Kann doch nicht wahr sein. Hätten wir aber eigentlich auch gewinnen können, oder? Na gut, ich muss erst nur wieder ein bisschen reinkommen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Kampf, hoffe ich doch. Ich hoffe, ihr habt auch keinen Daumen nach oben vergessen und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Euer von der YouTube. Let's face as hobby. Bis dann. Tschüss.